Du bist umgeknickt, hast einen Bänderriss oder eine Bänderdehnung und du willst wissen, was du für deine Heilung tun kannst und was du beachten solltest, damit du in Zukunft nicht mehr umknickst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Hallo, mein Name ist Matthias, schön, dass du da bist bei Physio Insight. Als erstes die wichtigste Frage, die die meisten wirklich auf dem Herzen liegt und zwar, wie lange geht die Heilung eigentlich? Leider gibt es gar keine so direkte Antwort darauf, in der Regel aber zwischen 4 bis 8 Wochen, das kommt ganz darauf an, wie schwer deine Verletzung ist. Hier ist auch wichtig, dieses Video bezieht sich auf einfach nur umgeknickt, einen Bänderriss, einen Bänderteilriss, eine Bänderdehnung, aber nicht darauf, wenn du dir eine schlimmere Verletzung zugezogen hast, wie zum Beispiel ein Sinusmoseriss oder aber sogar ein Knochenbruch. Im ganzen Heilungsverlauf ist es ziemlich wichtig, dass du langsame Schritte vorwärts gehst. Ich kann dir nur davon abraten, schnell viel zu wollen, weil meistens hast du irgendwelche Rückschritte, das habe ich selber so erfahren. Ich habe gemeint, ich kann nach zwei Wochen wieder Fußball spielen oder Beachvolleyball spielen und hinterher ist mir einfach nur der Knöchel wieder angeschwollen und das Ganze ging viel länger. Und letztendlich war es auch so, dass ich mir dann zwei weitere Male das Außenband gerissen habe. Deswegen aus persönlicher Erfahrung, mach es eher nicht, geh lieber langsam und dafür kontinuierlich. Grundlegend gibt es drei wichtige Dinge zu beachten in deiner Reha. Das erste ist direkt nach der Verletzung die Schwellung. Du solltest so schnell wie möglich die Schwellung reduzieren, denn dann wird deine Beweglichkeit besser und aber auch deine Schmerzen nachlassen schnell nach. Der zweite Punkt ist, du solltest deine Beweglichkeit verbessern im Sprunggelenk. Häufig ist die Beweglichkeit direkt nach der Verletzung eingeschränkt, ein Schutzmechanismus vom Körper und das ist völlig normal. Fang einfach ganz langsam an deinen Fuß etwas zu bewegen und dann mach Beweglichkeitsübungen. Wir haben dir ein Video dazu zusammengestellt, schau doch einfach unten in der Infobox, da ist es verlinkt. Wir blenden es dir auch hier oben ein. Wenn du merkst, dass du ein Beweglichkeitsdefizit hast, dann solltest du die Übung unbedingt machen. Wenn du nicht genau weißt, ob du ein Beweglichkeitsdefizit hast, dann kannst du den Weight-Bearing-Lunch-Test machen. Auch den haben wir dir unten in der Infobox verlinkt. Da findest du heraus, ob du einen Unterschied hast zwischen links und rechts. Wenn der größer als 10% ist, dann würde ich dir empfehlen, dass du die Übung machst. Der dritte Punkt ist dein Gleichgewicht. Träniere dein statisches und dynamisches Gleichgewicht. Das bedeutet Gleichgewicht halten, wenn sich nichts bewegt oder wenn du dich nicht bewegst. Und Gleichgewicht halten, wenn du dich irgendwie im Raum bewegst. Das ist ganz wichtig, dass du das auch unabhängig davon machst, ob du jetzt einen Unterschied hast zwischen links und rechts. Es ist nämlich essentiell, damit du dein Risiko für eine erneute Verletzung in den nächsten zwölf Monaten wieder reduzieren kannst. Denn dummerweise ist nach einer Verletzung dein Risiko doppelt so hoch wie vorher, dass du nochmal umknickst. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Risiko zu reduzieren. Und das eine ist ein Gleichgewichtstraining und das zweite, dazu kommen wir gleich. Wenn ich so Sachen sage wie Risikofaktoren, möchte ich dir auf keinen Fall Angst machen. Es sind einfach Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ob du nochmal umknickst oder nicht. Aber es liegt in deiner Hand, ob das passiert oder nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du Gleichgewichtsübungen machst. Aber halt, stopp! Bevor du jetzt direkt wegklickst und anfangen willst mit deinen Gleichgewichtsübungen, möchte ich dir noch was Wichtiges sagen. Der zweite wichtige Punkt, um dein Verletzungsrisiko zu minimieren, ist Tape. Und auch zu Tape haben wir dir ein Video zusammengestellt, damit du weißt, wie du dein Sprunggelenk am besten tapen kannst, um es wirklich zu stabilisieren. Nimm hierfür am besten Leukotape, weniger Kinesio Tape, weil Leukotape ist wirklich stabil. Das entsprechende Tape, das wir empfehlen, haben wir dir auch unten in der Infobox verlinkt. Das heißt, du bist nun voll ausgestattet mit Übungen zum Gleichgewicht verbessern, mit Übungen zum Sprunggelenksbeweglichkeit verbessern. Und du bist sogar ausgestattet mit einem Video, das dir zeigt, wie du am besten dein Sprunggelenk tapen kannst. Das heißt, du bist voll ausgestattet, um deine Reha bestmöglich in Angriff zu nehmen, wenn du alle unsere Videos anschaust. Ich freue mich, wenn du mit diesem hier beginnst und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Physio Insight. Ciao.